So, dann bin ich wieder mit meinem Let's Play Hexelily Teil Video Nummer 2. Also, es geht weiter mit dem Keyboard. Oh ja, mein Keyboard. Ja. Jetzt stehen wir mal ein bisschen leise, damit wir uns nicht so zu erschrecken. Das muss uns echt nicht so wieder einsteigen. Klavier und Saxophon und hinter uns noch mal ein Rap. Was ist ein Tod? Okay. So. Okay, streiche. Okay. Amen. So, das war's auch schon. Dann kann ich euch jetzt noch einmal das Lied vorspielen. Und vom Anfang, das mach ich jetzt auch gleich. Das heißt, nicht alle Tricks gehen gut. Für alle anderen ist sie ganz normal, ein freckes, nettes Kind. Doch sie kann Sachen machen, die sonst keiner kann. Sachen, die nicht normal sind. Das ist Hexe-Lili, sie liebt das Abenteuer. Sie hat ein Zauberbuch, von dem niemand etwas weiß. Denn sie kann saubern, ja, der Tricks, das ist wirklich ungeheuer. Komm, probier's doch aus und reise mit dir durch die Zeit. So, wir können jetzt das Radio nochmal anklicken. Und dann macht ihr das Gleiche. Es gibt natürlich jetzt hier auch noch eine Gießkanne, wir können die Blumen gießen. Nochmal Blumen gießen. Und wenn wir jetzt irgendwas anderes anklicken, wie zum Beispiel das neben der Blume, die ich gerade gegossen hab, dann haben wir natürlich ein weiteres Spiel, das ich euch jetzt auch mal zeigen werde. Oh, ich bin auch von einem Hexenbesen. Und es fallen mir solche Steine entgegen. Sonst wird es natürlich nach der Zeit immer schneller und schwieriger. Ja, das glaubt ihr nicht. Aber man kann es sehen, wie langsam die Steine immer schneller werden. Es gibt kleine Steine, große Steine, jetzt werden sie sogar schon Nummer zwei. Ja. Also ich schau mal, wie weit ich komme. Aber jetzt bin ich kaputt. Ja, jetzt krieg ich einen neuen Rekord. Ich kann es jetzt nochmal versuchen. Und ich versuch's einfach noch einmal. Macht schon grad Spaß. Wie weit ich damals gekommen bin, wo ist... Oh. Ja, jetzt bin ich zu langsam. Nochmal. Wo ist zum... Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Schon so lange her. Weil ich meine Hexe Liddy ist rausgekommen, wo ich... Äh, die ersten das erste Buch, die ich gelesen hab, war, da war ich so keine Ahnung, so sechs oder so. Und das war wirklich lustig. Du hast ein kleines Mädchen. Und das erste Spiel, was ich wirklich damals richtig gespielt hab und durchgespielt hab, war Tom Breida. Und dann hab ich mal rausgefunden, dass wir Hexe Liddy auch ein Spiel gibt. Und dann hab ich auch zum Hexe Liddy gespielt. Und ich hab halt gedacht, komm, zeig euch, zeig es jetzt einfach mal. Okay. Wir gehen jetzt einfach mal wieder aus dem Spiel raus. Denn ich muss jetzt hier nicht Ewigkeiten Hexenrennen spielen. Okay. Gut. Dann haben wir uns hier noch einen Teddybier. So, jetzt müsste euch noch etwas aufgefallen sein. Und zwar weiß ich nur, was sich das Bild verändert hat. Es hat sich die Pflanzen jetzt nicht mehr bewässert. Ja. Wir könnten jetzt noch etwas, was jemanden ärgern. Und zwar das Radio. Zum Wetter. Während des ganzen Tages ist mit heftigen Regenschauern zu rechnen. WTF? Es ist draußen ein heller, blauer Himmel. Ich wiederhole mich zwar nur ungern, aber jetzt noch mal zum Mitschreiben. Während des ganzen Tages ist mit heftigen Regenschauern zu rechnen. Jetzt reicht's. Hör endlich auf, mich zu gießen. Oder sehe ich etwa aus wie irgend so eine bekloppte Pflanze? Ha? Jetzt reicht's. So, nochmal. Jetzt hab ich die Schnauze, aber endgültig voll. Ich sag jetzt gar nichts mehr. So. Ich fand das damals ganz gut so lustig. Ich fand's auch jetzt aber noch lustig. Jetzt reicht's. Jetzt reicht's gar nicht mehr. So. Und das zieht jetzt auch strikt hart durch. Kannst du es nochmal versuchen, aber er zieht's wirklich durch. Okay. So. Dann haben wir hier, neber Lillys Fuchs, weil ihr könnt meine Maus irgendwie nicht sehen in der Aufnahme. Keine Ahnung warum, ich weiß es nicht. Ist mir aber jetzt auch egal. Also, wir haben hier so ein blaues Buch neben ihrem Fuß. Das ist das Hexenbuch. Oh ja, mein Hexenbuch. Mal schauen, was ich hier so alles finden kann. Irgendwas über das Mittelalter. Ja. Also, wir haben jetzt hier ganz viele Zaubersprüche. Als allererstes haben wir den Zauberspruch, sagt jemand Nein und du brauchst ein Ja. Dann flüsste diesen Spruch und das geht schon klar. Zumindest solange du bist noch da. Okay. Ja. Also, das ist unser erster Spruch, den ich jetzt noch nicht verwenden werde. Dieser Spruch hat etwas mit Licht zu tun. Der kommt später zum Einsatz, den will ich jetzt auch noch nicht zeigen. Ein Zauberspruch für einen Zeitpunkt in das Mittelalter. Damit dieser Spruch funktioniert, bündet man einen Gegenstand aus dem Spruch. Um zurückzukehren, muss der Spruch dort angewandt werden, wo man gelandet ist. Den könnten wir uns jetzt hier aufschreiben. Jawohl, das ist der Spruch für eine Zeitreise ins Mittelalter. Ach, der ist ja einfach. Den kann ich mir merken. Hier steht, man braucht einen Gegenstand aus dem Spruch, damit er funktioniert. Was immer das auch heißen mag. Na, ich schaff das schon. Oma wird sich vielleicht freuen. Jetzt nichts wie ins Mittelalter, die richtige Frau finden und das Rezept besorgen. So, jetzt haben wir hier einen Zauberspruch drin für die Zeitreise. Und damit dieser Zauberspruch funktioniert, brauchen wir einen Gegenstand aus dem Mittelalter oder aus, oder aus, oder aus, ja, da wo wir halt hinreisen wollen. Und diese Gegenstande, zu dem kommen wir erst noch. So, wir haben jetzt noch einen weiteren Spruch. Die Kleidung sollte im Schrank sein. Dann schwenkt dieser Spruch das Tanzbein. Und wer halt das hier, also das kann man hier auch ein bisschen lesen, da steht hier zum Beispiel steht, Und das ist dieser Spruch für die Zeitreise. Und wir werden uns jetzt einfach mal den für die Kleidung im Schrank aufschreiben. So, und dann haben wir jetzt hier die gleiche Schrift wie da. Und jetzt haben wir hier einen Zauberspruch, den wir uns notiert haben. Und den erinnert sich jeden nach einer neuen Notiz immer wieder. Wird dieser Spruch auf einen Schlüssel angewandt, dann passt er danach in jedes Schloss. Dieser Spruch verzaubert Wein in frisch gemolkene Milch. Dieser Spruch verzaubert ein einfaches Zeichnen in ein wunderschönes Gemälde. So, damit haben wir alle Sprüche durch. Mehr Sprüche kriegen wir nicht in dem Spiel. Aber das macht ja nichts, denn wir brauchen auch nicht wirklich sehr viele. So, jetzt öffnen wir den Schrank und verwenden diesen Spruch. So, dann verlassen wir jetzt mal ihr Zimmer. Und wir finden hier etwas drin. Eine Fliegenpatsche. Wo ist denn? So. Ja, warum es jetzt die Streichhölzer mitnimmt, das ist egal. Ich könnte jetzt auch den Schlüssel mitnehmen. Oh, ein alter Schlüssel. Den kann ich bestimmt noch gebrauchen. Aber ich werde mich als allererstes für den Schlüssel entscheiden. Okay. Hier können wir wieder ein paar Blumen gießen. So, dann haben wir hier noch das Telefon. Nein, ich möchte jetzt jemanden anrufen. Omas Familienrezept wartet darauf, von mir gefunden zu werden. Wo? Ein Bild des ersten Mannes auf dem Mond. Vielleicht zauere ich mich auch nochmal dahin. Aber nicht jetzt. Ja, auf dem Mond reist du auch noch. Meine Eltern sagen immer, das ist Kunst. Aber ich finde, das sieht aus, als hätte Leon gerade ein bisschen mit einem farbigen Pinsel gespielt. So, dann haben wir jetzt hier noch einen Spiegel. Oh, was für ein schönes Bild. Hallo, Spiegel. Hallo, Lili. Oh, was für ein schönes Bild. Also, am besten ist immer noch das vom Spiegel. Okay. So, hier... Lili, bist du's? Das ist Leons Zimmer. Den will ich lieber nicht stören. Ich habe ihn zwar sehr lieb, aber er ist auch eine kleine Nervensäge und ich werde ihn immer so schlecht los. Das ist bei den Geschwistern immer so. So, dann haben wir jetzt hier noch die Möglichkeit, entweder zurück in ihr Zimmer zu gehen oder hier rein. So, wie man sieht, ist es hier sehr, sehr dunkel auf dem Dachboden und deswegen kann ich jetzt nicht anklicken. Das ist hier viel zu dunkel. Ich muss irgendwie Licht anmachen. Hm, wie denn man bloß? So, jetzt geht es ja aus, man hat den Tisch schon runter und hat uns einen Tipp gegeben, dass wir das Licht brauchen. Und einen Zauberspruch fürs Licht finden wir natürlich in unserem Hexenbuch. Und wir brauchen jetzt einfach dann, ähm, der Spruch hat irgendwas mit Licht zu tun. Wie ist ein Spruch hier? So, radiere den alten Spruch weg und schreibe mir den neuen auf. So, wie man sieht, habe ich jetzt hier einen neuen Zauberspruch und den verwenden wir auch gleich in unserem Zimmer. Ein Zauberspruch, der irgendetwas mit Licht zu tun hat. Was denn man bloß? So, ab geht's wieder auf den Dachboden. Da muss ich ja natürlich extra das Licht noch extra anmachen. Hier brauche ich das Licht nicht mehr machen. Hm, ich brauche diesen Spruch hier nicht. Das Licht ist schon an. So, nach oben. Ein Zauberspruch, der irgendetwas mit Licht zu tun hat. Was denn man bloß? Hoppla, oh, das Licht ist an. So, jetzt haben wir hier wieder Licht. Und wir gehen jetzt trotzdem zurück in ihr Zimmer, denn wir brauchen einen anderen Zauberspruch. Und ich möchte jetzt einfach mal den Weg ersparen, in die Vergangenheit zu reisen und wieder zurückzureisen. Oh ja, mein Hexenbuch. So, und zwar brauchen wir den Spruch, sagt jemand Nein und du brauchst ein Ja. Dann flüstere diesen Spruch und das geht schon klar. Zumindest, solange du bist noch da. So, das nehmen wir mit. So, ich radiere den alten Spruch weg und schreibe mir den neuen auf. So, und auch hiermit endet dieses Video von diesem Let's Play. Der zweite Teil. Und wir sehen uns im nächsten Teil. Bis dahin. Ciao. Willst du wirklich aufhören? Willst du wirklich aufhören? Ja. Vielen Dank.